Ja, ich möchte diesen Gegenstand auf jeden Fall verbessern. Nee. Ja, bitte. Gut, habe ich tatsächlich zufälligerweise schon mal gemacht, aber dann machen wir das eben nochmal. So, Leder. Jo. Ja, okay. Langsam wiederholt er sich. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Ja. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Ja. Werkbank war das, ne? Rüstung war... ...nicht Werkbank? Ist das... ...Mide? Tatsache, Pelzhelm. Stimmt, und den kann ich dann verbessern an der Werkbank. Ja. Ja. Hier. Gerne. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Also gut. Und los. So, guck mal hier. Habe ich angepasst. Nee. Immer noch nicht. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Vielen Dank. Erhaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Ja. Erstmal direkt verkaufen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will Kohle. Ganz ehrlich, einfach nur ein bisschen Geld. Äh. Hier zum Beispiel. Achso, nee, das noch kaufen. Ähm. Hier. Immerhin 10 Septime. Man sieht sich, ne? Wir sehen uns. Ei. Ja. Gut, dann... Wollen wir mal... So langsam Richtung Weißlauf. Oh, hier auch dieser Angelsteg. Das ist schon hübsch. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach so eine Angel benutzen. Einfach ein paar Minuten da hinsetzen. Die Seele baumeln lassen. Ach, das wäre schon schön. Was ist das für ein Geräusch? Klingt neuerdings Nirnwurz so. Aber der müsste ja, wenn dann, hier unten am Fluss sein. Hier wird's lauter. Aber dann würde ich den doch schon sehen. Das ist dieser Baum. Das ist dieser Baum. Gefühlt. Gefühlt ist es dieser Baum. Noch ein bisschen Fuchspelz. Guten Tag, hallo. Ach, da kann man's verkaufen. Vielleicht hat er ja irgendwas Interessantes dabei. Ach, Gifte. Braucht er nicht. Können wir irgendwann selber herstellen. Loran? Nee. Die sind alle nicht so gesprächig. So. Ein toter Wolf mit vier Septimen. War sein Taschengeld? Davon wollte der sich bestimmt eine Brotzeit holen. Hat aber zeitlich nicht mehr geschafft. Hier ist ja noch einer. Das da drüben ist übrigens, äh, 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 hier, hier Weißlauf, ne? Wir sind fast da. Hm, 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 hm. Ach, das ist schon hübsch hier. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hm, hm, hm. Hm, da kann man einfach mal so ein bisschen spazieren gehen und die Seele baumeln lassen. Ja, so ein bisschen, ein bisschen entspannen. Die Landschaft genießen. Ach, na, habt ihr wieder einen Gefangenen? Okay. Okay. Nee, ganz ehrlich. Hätte er besser aufpassen müssen. Ist doch nicht mein Problem, ganz ehrlich. Ach, ja. So, wo sind wir denn hier? Die Honigbräu. Huch. Plötzlich ist es dunkler geworden. Habt ihr euch belaufen? Nee, wieso? Willkommen. Wenn ihr den besten Nate in der Honigbräu probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Okay. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet. Nicht dieser Mist vom gut goldenen Glanz. Ah. Werft einen Blick darauf. Oh, gekochtes Rindfleisch. Mh. Ein Milchkrug. Mh. Das hier würde ich halt wirklich fühlen. Und ich muss auch gestehen, ich bin ja ein bisschen hungrig. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg die Art arbeiten? Nee, Junge, du solltest mal zum Arzt gehen, du schaust auf jeden Fall nicht gesund aus. Ich mach mal zu, ja? Das Elend will ja niemand sehen. Nee, ich geh erstmal. Ich wollte mich bloß mal kurz umgucken. Ähm, euch ist bewusst, dass er gerade abhaut, ja? Ähm, Leute? Der sagt bloß, er kommt zurück. Ja, na, ein Glück hab ich den nicht befreit. Also, wer so doof ist, ne? Rennt weg. Kapiert, dass er alleine nicht lebensfähig ist und kommt zurück. Ähm, ja, gute Frage. Da müsste ich tatsächlich erstmal ein bisschen den Terminkalender freischaufeln. Das wird sich vermutlich noch ein kleines bisschen rausziehen, aber das machen wir auf jeden Fall. Und ich hoffe auch noch dieses Jahr. Ich mein, das ist tatsächlich schneller rum, als man denkt. So, mit dem Riesen kämpfe ich auch. Ja, danke. Was ist das genau? Ihr seid nicht von hier, was? Nee. Noch nie von den Gefährten gehört? Nee. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Also ist euer Stammbaum ein Kreis. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kotlack Weißmähne oben in Yorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Ja, okay. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Maximal 10 September. Warum kriege ich denn jedes Mal Schaden? Das finde ich nicht in Ordnung. Liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Kann ich den hier... Nee. Ist mir natürlich zu schwer. Ich dachte, ich kann den ein bisschen rumziehen. So, haben wir hier irgendwas? Natürlich ist das wieder alles still. Ich will doch ein legales Leben führen. Zumindest ein bisschen. Oh, wie cool. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das ist halt wirklich schön anzuschauen. Dachchen. Nee. Ja, hier ist halt nicht jeder sehr gesprächig. Na du? Ja, mach ich jetzt nicht einfach auf. Wie gesagt, ich möchte ja ein bisschen legal bleiben. Nach Möglichkeit. Für den Anfang. Das wird sich mit der Zeit natürlich legen. Wie bei einem richtig harten Bad Boys. Aber halt jetzt noch nicht. Das machen wir später. So, das ist wieder Stehlen. Salat. Auch noch nicht unbedingt. Ich hätte lieber ein bisschen Weizen und Blasenpilze. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine Gute. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater Skulva. Skul. So, hier ist auch abgesperrt. Skulva. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ja, du, hätte ich jetzt nichts dagegen. Keines von ihnen ist älter als neun. Und das jüngste ist sechs. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist sieben Jahre alt. Aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Sieben ist meine Glückszahl. Dann haben wir den Namen Königin Alf Siegre gegeben. Oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Äh. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Habe ich? Dann kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe habt. Okay, tausend Goldstücke. Wir haben aktuell nicht ganz 600. Das werden wir hoffentlich Zeiten einbekommen. Wobei, bevor ich mir... Was ist das denn? Ähm. Ja. Vorher hätte ich aber lieber das Haus. Na du? Ich bin weit durch Tamriel gereist, um euch zu dienen. Ähm. Warum verkauft ihr eure Waren im Himmelsrand? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten. Selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wie kann er denn schon von den Drachen wissen? Ich kann hier große Geschäfte machen. Ich bin sehr neugierig auf euer Heimatland. Die Kajid kommen aus einem fernen Land namens Elzweir. Der wird sich auch hundertprogleich anzünden. Und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Ja, das klingt sehr romantisch. Es gibt ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Oh ja. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ja, genug davon. Verstehe ich. Äh, kämen sie mal aus. Genauso wie oben der Balken. Einfach, dass man wirklich das ganze Spiel sieht. Weil ja immer der Kompass hier oben abgedeckt war. Ja, und ganz ehrlich. Ich will hier lieber ein bisschen gucken. Und alles sehen können. So interessant schaue ich nicht aus. Deshalb würde ich ingame vielleicht mal auslassen. Ja, ein Bügeleisen, Eisenerz wäre sicherlich interessant. Aber aktuell, wir müssen ja noch so ein bisschen sparen. Das können wir vielleicht später mal machen. Aber auf jeden Fall hat er eine große, große Auswahl. Maran Ruyo. Genau, ich, ich streame nackt. Also ich habe nichts an, außer ein T-Shirt. Untenrum bin ich nackt. Ja. Das könnt ihr mir bestimmt gut beibringen. Aber es kostet Geld. Das Geld habe ich jetzt nicht übrig. Das machen wir später. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nee. Brauchen tue ich nichts. Ja. Moin. Wie die Wachen hier in London. Verzieht keine Mine. So kann man hier was finden. Ein paar Äpfel. Halt. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ich habe da, äh, ne? Ich habe ein bisschen was zu sagen. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Gut. Dann, dann wollen wir das mal machen. Willkommen in Weißlauf. Ihr so? Ihr startet euch bloß an? Oder? Ja, ich. Ganz ehrlich, ich frage einfach nicht. Seit wann ist denn hier ein Stand? Ich meine, ich finde es süß. Tag. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Äh, nee, ich bin tatsächlich einfach an dir vorbeigelaufen. Hallo, Kind von Kühn-Aret. Hallo, hallo. Äh, ich komme später zu euch. Ja, ich muss, ist wichtig. Ihr braucht etwas. Nee, ähm. Wartet. Ich kenne euch doch. Ja, vielleicht von Twitch. Oder YouTube. Je nachdem, wo du mehr schaust. Oh, du bist ne Pschi. Wenn sie nicht so nervig wäre. Aber ich glaube, ich werde sie wieder adoptieren. Ich mag sie einfach. Ja, ich bin wieder aus. Die nachden, wo der Meere sollen noch bettenfalls. Wir sind die Kinder der Menschen. Ah, wie schön. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht im Flusswald zu sein. Ja, das stimmt wohl. Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Ich unterbreche doch niemanden. Äh, Helden oder Flusswald? Ne, eher Flusswald. Als Russkarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ein Drach hat Helden zerstört. Mir wurde aufgetragen, die Nachricht dem Jarl direkt zu überbringen. Ja. Was ihr dem Jarl sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich will mir anhören, was er zu sagen hat. Danke. Flusswald soll auch in Gefahr sein? Warte. So. Äh, ein Drachen hat Helden zerstört. Und Gerdur befürchtet, Flusswald ist als nächstes dran. Gerdur? Dir gehört die Sägemühle, wenn ich mich nicht irre. Genau. Die Altersdach. In der Säule der Gemeinschaft. Neigt nicht zu Verrücktheiten. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war ein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel? Nein. Äh, ich hatte eine große Aussicht, während die Kaiserlichen meinen Kopf abschlagen wollten. Ich war da, ich hab den Drachen gesehen, wie er Helden dem Erdbogen gleich gemacht hat. Er muss das ja nicht wissen. Was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Was genau war jetzt seine Mission? Nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Höchstwahrscheinlich. Wir annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Ja gut, wäre auch verantwortungslos. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Wir sehen uns. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Klar. Weislauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Danke. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringa, meinem Hofzauberer. Okay. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja dann, äh, wollen wir mal los. Ich werde bloß vorher, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir haben ja eine neue Rüstung. Die beschlagen ist doch eigentlich besser. Ne, ist sie nicht. Ja gut, dann. Ja, vielleicht. Das ist übrigens Himmelsrand. Schaut bei uns jetzt übrigens auch anders aus. Und zwar so viel schöner. So viel schöner. Oh ja. Ich meine, hier außen machen wir noch den Nebel. So ganz weg haben will ich den nicht. Aber es ist ein bisschen dezenter. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Projekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihnen alle Einzelheiten ein. Und dann sehen wir uns weil, von denen sie gut reality sind. Ho皇. Beide sie. Terry. Nie. Vielen Dank.